hallo ihr lieben pferdefreunde willkommen zu einer neuen folge horse legend ja es ist soweit ich habe gerade schon hier ein bisschen eingesammelt ich bin gerade level 9 geworden und ja danke für die vielen kommentare erst mal ihr seid da auch fleißig mit dabei und mir wurde gesagt gerade hierfür die beiden schlüssel soll ich die mir quasi sparen also aufheben damit wir später bessere pferde rausbekommen und ja plan ist dass wir ich bin gerade überlegen ich könnte jetzt beide trainieren wen habe ich denn sie habe ich tatsächlich weiter es ist jetzt so schwierig wen 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 trainiere ich jetzt glaube sie da gibt es noch mal zwei diamanten für aus und ich möchte tatsächlich nach kann ich wieder nicht nie das machen wir später denn wir müssen auch ein bisschen geld wieder verdienen und ja dass das werden wir jetzt sowas von tun hier darum das sind so challenge die können wir vielleicht noch später machen ich möchte erst mal hauptsächlich mit euch kalifornien kalifornia zu ende machen die beiden will ich ganz gerne mit euch heute machen und da kommen tatsächlich nur sie in frage recht ist das denn über hindernis das ist auch wunder hübsches pferd 60 das sieht aber eigentlich ganz gut aus so mit der konkurrent die wir haben okay 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 wir probieren es ein so wir wir probieren es einfach und ja seht ihr dass wir wirklich die menschen sind so so platt gedrückt und so fippend dass das ich schon ich hoffe die musik ist nicht so laut letztes mal hatte ich die musik die musik ist ja aus ich kleine schussel und so jetzt aber jetzt jetzt hobby galoppi und uiuiuiuiui oh jei jei da bin ich schon wieder hier aufzuruckeln ich hoffe es ist ruckelt nicht in der in der auf nee verdammt verdammt. Das war ein Tacken zu früh, zu spät. Ich weine. Das war nicht gut, Leute. Nein, nein, nein. Das ist wahrscheinlich ein zweiter oder dritter Platz. Nein, noch nicht mal. Ach komm. Also so schlecht waren wir doch jetzt nicht. Gut, das war mal ein bisschen unkonzentriert. Aber, aber, aber. Das war nicht schlecht. Wo habe ich denn jetzt? Oder habe ich noch mal einen Fehler gemacht? Okay, wir versuchen es noch mal. So, komm. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Das funktioniert sehr gut. Hui. Das auch sehr gut. Hör auf, zu ruckeln. So, das haben wir auch super. Ach, verdammt. Das war jetzt nichts. Nein. Ach, Mann. Ich, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Aber, kennt ihr das, wenn ihr denkt so, halt, stopp. Ich kann das. Und, was, was ist denn das? Wir waren doch voll schlecht. Das war doch viel schlechter als beim ersten Mal. Ähm, na gut. Das, wir brauchen Geld. und, ja. Wir sind weiter und jetzt, oh Gott. Schaffen wir das überhaupt? Ich glaube, wir, äh, das, das könnte jetzt wirklich eine Blamage werden. Das, wobei, warte mal, das ist noch schlechter. 70, äh, ich weiß nicht. Also, die haben das ja auch nicht, alle. Wir, wir probieren es einfach mal. Ah, ja, ja. Da, da habe ich jetzt Angst. Oh. Hier stehen, hier stehen sie wenigstens am Rand. Da, da. Die sehen irgendwie alle so platt gedrückt aus. Oh Gott. Werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen mit, mit diesem Pferd? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. So, los. Nehmen, nehmen sie an, Schwung. Nehmen. Oh. Ui. Nein, das war, verdammt. Oh. Nein. Was soll ich dazu sagen? Ich bin aus dem Rückmuskel kommen. Ich, äh, 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 äh. Äh, 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 also. Wollt ihr euch das Drama noch länger angucken? Halt, halt, stopp. Also die, die ersten waren gut. Die, die ersten waren gut. Und dann bin ich irgendwie aus dem Takt gekommen. Weil das ist ja auch so ein bisschen, äh, mit Takt haben. Und, äh, da, da bin ich voll aus dem Takt gekommen. so gib gas ja und sie rennt einfach sie rennt einfach durch und wieder aus dem takt gekommen und sie hebt aber auch die füße nicht richtig ja ja das pferd schuld nicht ich so warte mal oh gott aua okay okay ich glaube wir brauchen kurz eine pause nein 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 wir brauchen kurz eine pause also wir gehen jetzt noch mal nach hause sammeln uns schicken das pferd noch ein zweimal ins training aber ja wir sollen wieder hier trainieren wir sollen so eine wasserpumpe irgendwie bauen so halt stopp können wir denn warte wir müssen erst ins gewächshaus dann müssen wir hier hafer dringend hafer anbauen ja ich weiß sondern noch mal hier so ein bisschen was von und die dämmen schon so wissen wir sind wieder pleite immer dieses problem mit der pleite so so wir können jetzt sie gerade noch ein bisschen leveln in der zeit würde ich sagen gucken wir jetzt einfach mal wartet mal wir sollten jetzt die bauen so die möchte ich aber tatsächlich hier hinten haben so schwupp wie acht nach meinen auch ich kann gar nichts machen verdammt ich muss erst dieses turnier gewinnen damit wir wieder ordentlich was bekommen an material und so ein futtermischer muss ich glaube ich auch machen den kann ich kann ich kann ja gar nichts ich kann ja überhaupt nichts nein weg da okay kann ich denn genau die er vielleicht können wir aber die machen es ist natürlich jetzt einmal mit nehmen wir einmal das versuchen wir versuchen einfach jetzt mal die kombi mal gucken ob es funktioniert und wenn diese werbung nicht immer dazwischen wäre so wir gucken jetzt einfach mal ob es funktioniert die challenge wir sind später am winken am rumfuchteln die musik hört sich so dramatisch an vielleicht hätte ich dem 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 poni vorher noch zusammen flechten sollen damit es was sieht das pferd so so kacken wir jetzt voll rein ja und zwar sowas von man es ist nicht mein tag heute es ist glaube ich einfach nicht mein tag es ist da da fehlt irgendwie so ein bisschen vielleicht der speed so ein bisschen man weiß es nicht man weiß es nicht alle guten dinge sind zwei so jetzt aber jetzt 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 wird es aber jetzt wir schaffen es los los das ist schon teilweise aber auch echt fies gemacht ich ach einmal gerissen aber wir schaffen es kommt einmal nur gerissen und nur weil sie hinterfüßchen nicht mit gezogen hat Und das, wie gesagt, manchmal ist das schon echt gemein, so über Kurve zu springen. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Was, was, was? Oh, das kann ich dann wieder, ne? So dieses, wo du schnell springen musst, das kann ich dann wieder. Oh Gott. Man sieht es aber auch nicht wirklich. Schaffen wir es? Bitte, bitte, lass, lass sie es, uiuiui, lass sie es schaffen. Ui. Oh Gott, oh Gott, schaffe es, schaffe es. Ich habe jetzt echt so ein bisschen Angst gehabt, dass die Stamina nicht reicht. Oh Gott, Leute, ich, äh, Yuki ist gerade so ein bisschen fertig mit den Nerven. Und dann gleich noch das andere Rennen. So, das haben wir jetzt gut gemeistert. Und, oh. Das ist, äh, war keine gute Folge. Ach, ich, ähm, ich, ich glaube, ich sollte aufhören. Das, äh, 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 das, das war richtig wieder so haarscharf. Aber, 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 okay, irgendwie, ähm, okay, das, das war schlecht. Okay, das, das war schlecht. Also, wir halten fest, ähm, irgendwie, nix hat funktioniert heute. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal, ich, ich versuch's noch einmal mit Kalifornien. Ja, und ihr denkt euch jetzt bestimmt da alle und sagt euch so, nein, bitte, nein, Yuki, äh, Yuki, hör, hör auf, bitte, 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 Yuki, hör, warum, warum habe ich denn jetzt weniger Chancen als davor? Boah, egal, wir probieren's jetzt doch einmal. Wenn's in ne Buchs geht, geht's in ne Buchs, dann ist es halt so. Dann, dann soll es einfach nicht sein heute, ich sag's euch. Mal gucken, ob ich jetzt gleich in ne Ecke gehen muss und... Ui, muss weinen. Jetzt, hör doch mal auf, so zu ruckeln. Oh, verdammt. Nein, das war schon wieder zu früh. Warum denn die letzten zwei? Warum denn? Ja, Leute, ich, ich geh nach Hause. Ich, mann. Es, es ist absolut nicht unser Tag. Nein, 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 es, es war nicht unser Tag. Ich, ähm, wir, wir lassen's einfach. Ich werde jetzt noch Frust ernten machen hier, damit wir weiter, äh, trainieren können. Äh, nein, können wir nicht. Ich müsste im Off noch ein paar Rennen gehen, damit wir wenigstens ein bisschen Geld wieder haben. Ähm, äh, 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 ich glaube, trainieren können wir nix. Ach man, so ein paar Kröten fehlen uns. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn es jetzt mega schlecht war. Aber mal hat man Glück, mal nicht. Ähm, wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Oder wann immer ihr das Video schaut. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.